Eine Zeugin im Zuuntersuchungsausschuss des Stuttgarter Landtags ist am Samstag aus noch ungeklärter Ursache gestorben. Der Lebensgefährte habe die 20 Jahre alte Frau am Abend in ihrer Wohnung in Kreichtal gefunden. Während sie an einem schweren Krampfanfall litt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Karlsruhe am Sonntag mit. Die Ärzte konnten das Leben der jungen Frau nicht mehr retten. Was den Krampfanfall ausgelöst hat und wieso er mit dem Tod der Frau endete, ist bislang unklar. Bei der Toten handelt es sich um eine ehemalige Partnerin von Florien H., einem früheren Neonazi, der im Herbst 2013 in einem Wagen in Stuttgart verbrannt war. Florien H. soll gewusst haben, wer die Polizistin Michele Kiesewette 2007 in Heilbronn getötet hat. Die 20-Jährige hatte im Zuuntersuch in nicht öffentlicher Sitzung ausgesagt, weil sie erklärt hatte, sie fühle sich bedroht.